hallo und herzlich willkommen zurück zu ttt immer noch mit gleichen verrückten wie in der letzten folge es fängt immer beschissen an wenn ich weg bin bunte ab ich habe keine waffe ich habe schon gefallen ja genau so gibt es denn hier waffe in meine freunde also ich habe eine pistole ich kann nicht wegnetzen dann meine matro auch sicherlich ich bin auch innocent dann so würde leiden mein freund ich bin mal bunte mal bunter oder schießt jemand das bin ich ich wollte die aufschließen ist okay machung ist hier im raum ja und da kriegst du die tür nicht auf also das gibt es ja meine waffe er hat eine schrubflinde warum hat die schrubflinden woher er weiß ich habe meine irgendwo aufgenommen keine ahnung wo ihr habt alle waffen da frage ich mir auch weiter ich habe auch keine waffen 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 du brauchst sie sie jetzt redet ihr erst denken da ist der oma schrub mal schon allein alle die märten juni 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 machen jetzt nicht ausgemacht juni 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 junii juni 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 junibernember verfolgt mich trotzdem auch wenn die grillen demographics die brillen lawyers nun im dunkel das ist gut da schon vergessen aber schon erst machen ja schon aber die wanne sind zudel nicht warum immer noch eine wache wie hetz stoppt das ist meine waffe ich komme ich aus ich dachte doch mal richtig ich habe den weg geklaut ich wusste ich dachte das macht ein bisschen mehr damit schon kürt euch beide als nur ein ne das geht immer nur ein bei dir natürlich ich muss erst mal machen machen etwa dass die punkte wer war es ich war es okay und zu traiter ist hunde pro ja noch nicht weiter deswegen es war der bunte im billiardzimmer mit der kugel von jahrzimmer ich bin auch hier mit der galle jones ja er hat gelogen er hat gelogen es war mushroom mit der welt hier liegt eine axt schade ich kann sie nicht offen jetzt habe ich dich ja ist auch nur eine pistol nein kommt mit bunt warum bin ich kein freter damit bunt ich zeig dir das machen versteckt ich glaube ich bin beim junior ich bin beim junior ich bin beim junior hier kommen wir hier ja egal hier ist auch eine waffe kein problem ich würde bloß den traiter kollegen helfen er ist nicht gut dass er heimlich umstellen konnte dass das jetzt doch zwei sind ja ja alles ist hier eine geheimtür ich war ja mal schon bist du es gibt es um eine waffe anhalten die alter kommt da meine freundin ja wieder ein bleibnis im ab dieses scheiß licht ist das wieder jemand an macht was soll es so weiter oder irgendwo ja es ist jemand wie macht man ja einfach drücken oder sowas ja genau das bilder sehr ich sehe wieder was ich bin bei fabi und ja fabi ach du musst es geschickt machen schleichend die ganze runde keine waffe kein mal war es der bunte ist noch vom score vor mir so ein dreck die waffen sind so schlecht die müssen töten beim ersten schuss also da findet man mal eine waffe hier und die wird erstmal sind das verschossen muss alle jetzt sofort weg machen noch keine waffe ok mache ich ja schon mal schon mal als erstes sagt ja ich habe genau das war schon mal als erstes als erstes man was halt daher aufmarschung hinter mir jetzt sind ja voll viele ich wollte mir eine bessere waffe holen aber ist wahrscheinlich alles abgeflügt peng 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 und und schon ja ich bin mal und hier oben noch der mushroom und der junior und der martin ja ja bunte wurde nichts von der hinter der siehst du mich nicht nein ja was auch ich würde lieber fahren durch packen kann mit die hat wirklich eingestellt ne wieder ja die wäre echt leistet ja ja geh auf macht das wieso ich so mit einer schriftlinie so schön an die hätte ich nicht nur angekuckt soll denken welche nämlich auch ein bisschen für genau dann war es mal schon was jetzt schon wieder weil ich bin mein marsch um mich nicht sterben schon hier bleibt um alter die kanade gewechselt schließlich fest wo er schießt doch nicht mehr und ich auf marschen er schießt aufmarsch um ich glaube ich wenn er mich weiter verfolgt ja machen wir kill man in kill und zeit maschkelle kill uns halt ich sag's jetzt man muss reaktionen aus dem spiel irgendwie umsatz was ein grund ist ja kein grund ich habe einen grund was wir ein zu sterben nein nein ich habe sie ja okay und ich habe recht gehabt 5 euro von dem zimmer erst im zimmer verstecken bitte in dem zimmer gibt es gar keinen sinn als trader sich zu verstecken ja klar ich bin einfach so rennen mit dem raum reist ja wer ist tot gestorben ich bin ja ich habe gesehen dass du drinnen warst der andere war auf der treppe ja habe ich jetzt als morgens bunte 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 self-call das war nämlich die wacht ja hab ihn was ist ja mach was ist denn es wäre hat gewesen war ich hatte man nicht hätte ich ja dass sie das nicht mehr gemacht hat niemand mitbekommen ist hat keiner nimmst gekommen beim hetzen auf mich hat keiner mitbekommen im extra melden launcher gewartet was passiert nichts erschießt nicht ladehemmung oder was er hat sich mir lohnt keine waffe ganze oberwertage keine waffe merkt mich am arsch also ich habe eine waffe mann als trader keine waffe zu wenig waffen mann ich weiß nicht was hier los ist waffen 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 stellte euch mal vor wir wären hier noch mehr der wäre die hälfte ohne waffe wachen wird man sich gegenseitig einfach nur umbringen damit man das war erst mal ein grafikfehler von einer runde war eine einpläte ich habe einen nacktsaver enthalten ich bin was aber lustig ist ich gucke wie das bild war im gang ist ja hier ist bunte juniur haben wir laufen zusammenfaden ja wohin das ist jetzt aber du willst mich jetzt killen das ist ja voll auffällig fabi komm wir gehen dahin ja komm wir gehen dahin ja komm wir gehen die geheime stelle wieder zurück wie kommen wir jungs ich habe eine piste gefunden glückwunsch danke alter wie geht es geduckt oder wie oder wer schon noch da ist jemand hinter uns wer hat geshoppt hinter uns ist keiner jetzt war gerade jemand hinter uns aber unterprozentig dann war es der junior und der bunte 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 ich sehe euch ein bisschen euch willkommen alle drei genau alle drei traiter und ich glaube wir müssen zusammen arbeiten alles weiter außer ich habe angst im dunkeln ich mache ich nicht dran verfolgt mich ich habe ich mich nein ich habe ich schon gemacht also verdächtig ist für mich marschum meine lockte mal kleine kinder in irgendwelche ecken und dann ich habe einen richtigen habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich bin ich bin ich jetzt wenn ich jetzt einfach weil du bist das war kein abzug ich hätte ja gefeiert wenn ich gleich trader gewesen wäre die runde die runde ziemlich safe jetzt eigentlich weil ein trader kann uns nicht alle killen hundertprozentig nicht höchstisch gut ja das stimmt ab nächster runde sind ja diese runde schon zwei sein ja doch wenn er gedreut ist dann müssen es dann ist das marschum dann ist das marschum und fabi wieso also ich bin keiner ja ich machte fabian weg immer fabian chaos fabian alter legt mich später welche würde ich auch sagen fabi und marschum weil die sinnvolle war doch nur einer ich habe ihn gekillt war die die geld samt kann ich schießen mit der haufe ich muss bei chaos jetzt weiterhannen und hoffen mal dass es zwei sind ja jetzt müsste zwei sind ja gleich gucken ob es zwei sind alle einfach alle trader sagen dass die trader sind dann passt alle waffen weg ich bin 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 ich kann uns ja dann der trader sagen ob er alleine da unten stehen zwei waren oder nicht wissen was ja bei mir was irgendwas großem auf mich ich glaube es ist eine 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 französische vermass abp ja richtig eine vermisst mit etwas großem zähl ich auf dich vermass aber nicht schon wieder ja gut jetzt wo ich mich jetzt läuft aber die sache ist ich bin allein später übrigens es war nur einer ja dann stellen wir um ja vielleicht wechselt sich erst das ab der komplett neuen dann hat jetzt alle trader eine arschkarte hier der ab jetzt hat jetzt ist radar und da ist alles anders alles anders ein trader was ein trader ja genau jetzt ist der trader da ich komme ja nicht raus geh weg das ganze mal eingestellt also es ist nix umgestellten rei lassen kämpfen was war jetzt los war jetzt los bevor er mich killt fabian hat mich geschlagen oh sorry scheiße macht ihr schaden tut mir leid natürlich macht ihr schaden hier gibt es nicht mal waffen hat jemand geschossen ich glaube ich stehe gleich weil ich keine waffen wir kennen wir tut mir nicht weh geiler scheiße marschum tun ihm einfach weh tun tja einfach weh tun einfach draufhauen ich habe keine waffen das ist doch voll scheiße ja das kennen wir das problem muss glück haben und immer was finden obi waren und ende gehen hier wer so wie waren ich du hast mich auch ich mache es wieder gar nicht okay das ist das licht ausgemacht ich mache mit steht zwei trader bei mir ja ja geht weg wow da hat er beleuchtet hat geschossen die nächste ist es scheiße entweder ich bin beschissen im treffen oder ich bin eh noch ich bin eh nicht das war eng warte da kommt laserschwertkampf oder was oh god komm laserschwertkampf aber nicht durch ich glaube er kommt so nicht durch man muss einen durchlassen was macht ihr denn da was macht ihr denn da ich wollte mich ausweichen da fabi kämpfen mit dem anderen laserschwert da tötet mich echt ich habe noch 40 prozent energie ok hd junior ja ja ich muss eigentlich ja wenn ich sterbe dann innocent ist dann bitte bringt die anderen um ja wollte ich nur mal so sagen okay das aber nicht berechtigt der mund okay das war auf jeden fall der ist als einziger nicht hier ah ray ist traitor du bist du bist nicht traitor sondern raider ich rate alles der raider aber ich will mich schlagen oder was ich schieße auf alle die treppen runter oder hoch gehen ach so ach so ach so sorry das bist du 20 prozent energie jungs alle die das wo ist gleich da was wird das denn weiß jetzt bei mir auch jetzt gerade vollgeleckt ja weil wir auch das ray hinten ja warte mal ja junior hat sich doch weggemacht das heißt das ist klar der jungs hat mal zu junior hat ihn noch weggemacht das heißt es könnte junior sein ja nicht wenn ich tot bin dann innocent bringen würde die anderen um wie gesagt ja ja was sind das ja wer junior lebt aber noch ja ich bin mal an und andere finde ich auch ein bisschen verdient ein schöner lästig machen können also hier oben weiß ich würde sollen wir das junior ja wer kommt da der hat jemand gekillt nein lass ihn mal weg machen der ist oben der ist oben wo oben komm ich bin eben wieder ja Leute schon wieder was passiert ne alter das ist ja voll heavy hier oh ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich dir trauen kann kann ich dir trauen kann ich dir trauen kann dir ja auch nicht trauen sind alle jetzt hier oben Bunte kannst du mir trauen nein dir kann man dir trauen ok aber fabian ray ray der hat das abp hab ihn tatsache ich war immer Mensch oh shit wäre noch nie traiter gewesen die map ist ein bisschen scheiße auf dem engen raum alleine ja ja alleine ist es hart sind die am nächsten maps sind wieder zwei traiter dann alles klar das ist aber schön wie lange gibt es denn noch zwei minuten zwei minuten haben wir noch mal letzte runde wahrscheinlich ja holen wir die Tür hast hier alle Waffen geklaut hier und ja Spacken nicht andere Waffen Fabi was denn willst du es wieder halt wieder ok dann noch eine runde oh wird denn da das licht ausgemacht da oben ist das explodiert oh jemand hat auf mich geschossen fabian was oder hast du fabian weg gemacht ich sehe ihn nicht mehr wo seid ihr das ray ist gut ich wurde von angeschossen wo bist du das marschel 81 gerät an ich habe keine brille die leuchtet ja das ist nochmal terminator ich brauche das ist in meinem programm mit drin ist fabian tot fabi friendship gangstar ne hä ich bin's was ist das was sagst du eigentlich ja dem mann ich habe gar nichts gemacht ja der erste den ich gesehen habe war halt hd und dann sag ich halt hd und dann habe ich erst gesehen dass es mushroom ist hat keiner von euch die dings in der ecke gesehen fabian ja ich sage in der ecke hat einer friendship abbekommen ja ich ne ich erst nach der zeit mann alter mushroom schieß bitte nicht auf mich achso ich wollte nochmal kurz anmerken ich bin wieder erster ino alter ich bin schon wieder mit dem marschel oben auf der oberen der fahrer jungs ok fabi ne mech ne mech ist nicht unbedingt die oh alter es ist fabi wer war das jetzt was fabian fabian das ist ein duell das ist ein duell auf leben und tot das ist ein duell auf leben und tot okay 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 alles klar komm ach gott das noob battle oh gott es ist zu ruhig alter ich bin hab nur noch 20 wer hat es sein die denn das warst du ach da oh darf ich auch mitmachen oh nein geh weg fabi haut mich an ich mach fabi weg ich war nicht ich war nicht ich war nicht in dem battle mit drin ade er schießt was du kannst du dir solst ding schießen sehr gut alter ok nächste runde 2 gute jungs wie gesagt erster platz immer noch nicht wuff jobs das hatten wir schon so oft was wäre mit titanic ich bin runtergegangen na toll na gut jungs wir sehen uns in der nächsten Folge vielen dank bis zum sehen jo bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss